Nicht unverhofft und oft sind wir wieder hier im Unterrichtsspiel mit Bulli bzw. mit Jimmy Hopkins. So, beim letzten Mal haben wir die ganzen Streberherausforderungen etwas angeknackst und sollte man jetzt noch schlafen gehen. Und das Höschen hängt da immer noch. Ja, ein bisschen Bulli müsste noch ein bisschen ab und zu sein. Klingeling, 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 kommt der Eiermann. Und der Unterricht, den weiß ich noch nicht, was wir haben. Ja, Bulli, 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 so ist es. Unterrichtsspiel hoch 3 und Quatsch bis ohne Ende machen. Und Schimpfwörter bis es nicht mehr geht. Das ist Bulli. Was haben wir denn? Karte im Innenraum. Okay. Also auf jeden Fall haben wir irgendwas mit den Strebern jetzt zu tun, denn immer die roten Sterne verraten uns, welche Gruppierungen wir sozusagen haben. Und nun sind die Streber dran, weil davor ja die Preps waren bzw. davor waren ja auch noch die humanen Leute bzw. die Leute um Russell rum. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, wie die heißen. Können wir das denn irgendwo nachschauen bzw. können wir irgendwie gucken hier? Upgrades, nö. Hier, Statistiken hier. Kampf, Soziales hier, keine Ahnung. Ja, irgendwo wird das denn hier auch sein. Das werden wir irgendwo schon hier rausfinden. Keine Ahnung, ich glaube auch unter Soziales hier. Wird das hier sein. Grüßer Stäber, provizierter Streber, Bullis. Preps, Preps, Preps. Die Kwisar und die Chocks. Die Jocks. Größte Städter ist eigentlich auch egal. Ach, wen interessiert's? Haha. So sieht's aus. Nein, ich gebe dir nicht schon wieder hier leckere Schokolade. Katze voll knicken. Weg. Irgendwo konnte man das nachgucken, die Statistiken. Das war Quisti, glaube ich, ne? Siehst du? Uh. Da gab's Äcker und... Komm, wir gehen mal rein oder haben wir ja keinen Unterricht heute? Ah, doch, wir haben Unterricht drin, ne? Unterricht drin ist immer super. Was ist denn unten gewesen? Boah, nicht Erdkunde, oder? Boah, nicht Erdkunde hier. Ich hasse Erdkunde. Ich hab das letzte Mal schon mit den scheiß Flaggen vergeigt. Beziehungsweise so. Teilweise ist er vergeigt, wo genau die Länder sind hier. Ah ja, du mich auch. Ach, ich bin schon wieder Flaggenrat. Ah, was? Boah. Äh, könnte er mich für lynchen? Arizona, California, ich habe keine Ahnung. Florida. Äh, äh. Ich habe null Ahnung, wo genau welche Staaten sind. Äh, ich habe doch ein Handy. Willst du was da machen? Dauert nur einen kurzen Moment. Einfach die Karte von den USA aufrufen. Hier machen wir hier... Äh, da. Ach komm. Oh, Google, ey. Kriegst du doch einen Kollaps. Hast du jetzt eigentlich genau. Ach, Kea, das nervt. Mit dem Handy... ...das hier rauszufinden. Da bin ich so bekloppt. Äh. So. Hoffentlich, dass ich jetzt... Tut mir leid, dass es ein bisschen länger dauert. Jetzt ein Minütchen oder sowas. Aber... ...ist für mich einfacher. Ohne witzig vergeigt den Unterricht bis zum Erbrechen. So, jetzt habe ich ein Bild. Eine Karte. Rück mir mal raus, du. Rück's mir mal raus. Gehe ich denn da auch, ne? Oh. Kriegst du so einen Rappel, ne? Äh. Ha. So. Ach, Kea. Was, wenn das nicht vorher hatte, ne? Okay. Wrong. Florida. Äh. Gibt's schon wieder schwer hier. Arizona. dann hier oben irgendwo minnesota kann ich nur raten da soll alabama hin das krieg immer so gerade hin texas ist ziemlich weit unten hier das erkennt man nämlich new york new york jetzt wird schwer south dakota toll und die anderen keine ahnung vielleicht hierhin so kurz drücken er ist bekloppt auf der karte michigan kentucky uta zumindest bestanden da montana kommt hier oben hin die lusanne ja auf jeden fall das scheiße gewesen das scheiße gewesen erkennt doch keinen auf deutsch gesagt keinen arsch bin ich hier erdkunde süchtig oder was wo sind wir denn hier gelandet tut mir leid für den erdkunde richter aber ich glaube den werde ich richtig verdammt vergeigen ohne karte okay handkappe ok ja mach was du willst ach so da verliebte köchner unten ist das ein widerlicher unterricht ich habe nichts für dich hohoho was ich habe kein date von dir nein ich weiß nicht ich war jetzt nur wieder auf den unterricht wie immer was wir machen können ist ein bisschen spinte knacken oder sowas hier ist nichts lass mir eine banane fallen naja wir müssen auf den unterricht wieder warten ich kann jetzt hier nicht wieder rumtüngeln und warten bis hier nichts geschieht nein bin ich nicht sondern hinten feuerlöscher das schwarze brett ich habe jeden spurt ein bisschen weich blablabla ach so da kann man was verdienen ja alles klero hi hey das ist immer blöd hier man wartet hier so ne stunde nur dass man hier unterricht machen kann ist doch blöd auch für euch hier immer auf jeden fall oben immer die darauf zu warten ich würde das dann eigentlich immer gern karten aber können wir so lassen mathe mathe geht eigentlich so und kein richtiger mathe unterricht ja es ist 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 ja ich ja